Ein furchtbares Instrument, das möchte jetzt nicht ausfallend werden, aber das ist ja ungefähr das Scheußlichste auf dem Gebiet der Töne, was man sich vorstellen kann. Warum ist auch das solistische Spielen auf einem Kontrabass ein Riesenblödsinn? Kein Mensch kann auf einem Kontrabass schön spielen, wenn dieses Wort einen Sinn ergeben soll. Keines. Jetzt pass doch auf, du Idiot! Mein Gott! Ich hab mir, Lorti, du Vertrauenssatz! Langsam heranreifen. Entschuldigen Sie, ich glaub, der Hitler seinerseits hat ja von Musik auch gar nichts verstanden, nichts, außer vielleicht von Wagner, aber er wollte auch kein Musiker werden, er wollte... Musik ist metaphysisch. Manchmal bittet er sogar das ganze Orchester, sich zu erheben. Erheben Sie sich mal mit einem Kontrabass. Oder der Intendant. Unser Intendant ist allmächte, aber er kann fliegen. Gehen Sie nie in ein Orchester. Gehen Sie in der Ewigkeit dieser Disneylanden, über das Leben start China mit einem Kontrabass ist ein Ding stöhnt. picks keine Musik und den Absatz ist einrieren Auf vor distinctive Spritzer zu Live für meetups. Gurke Men, das haben alles gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020